Ein herzliches Willkommen. Wir sind heute beim Mittwoch 23. Mai 2024. Die Sonne befindet sich in den Zwillingen und ab heute auch die Venus. Das freut die Zwillinge und der Stier ist vielleicht ein bisschen traurig, aber es geht um Kommunikation, es geht um Austausch, es geht vielleicht auch um Neugierde. Ich sage mal, diese Verlässlichkeit ist nicht mehr ganz so vorhanden, muss man einfach sagen. Man sollte aber trotzdem natürlich die Dinge neutral angehen, jetzt nicht irgendwas erwarten oder so, sondern einfach mal schauen, was da kommt. Wir haben weiterhin den Merkur, den Jupiter und den Uranus im Stier. Wir haben Pluto im Wassermann rückläufig. Wir haben Mars in Gewitter. Wir haben den Mond bis etwa kurz vor halb elf im Skorpion, dass man also auch gefühlsmäßig kritisch drauf schaut. Danach wechselt der Mond in den Schützen. Da ist Optimismus drin, positive Energie. Man soll natürlich nicht übertreiben, aber wir haben tolle Energien heute. Wir haben Vollmond im Schützen. Da wächst also die Kraft ganz enorm. Mit der Zwillingenergie geht das natürlich konform und die Sonne und der Mond stehen in positiver Konjunktion. Wir haben Venus in Verbindung zu Jupiter und wir haben auch da ein Sextil zu Neptun. Träume können wahr werden, aber man muss eben, das ist eben der Trick an der ganzen Sache, man sollte nicht abheben. Man sollte jetzt nicht seine Illusionen als Realität nehmen, sondern man sollte immer seine Träume mit der Realität abgleichen und schauen, ob das auch wirklich real ist oder ob man da so sein Ideal drüber stülpt. Das ist ganz wichtig für alle, dass man da nicht irgendwie übertreibt. Alles, was übertrieben wird, ist schwierig. Aber wir haben sehr spirituelle Energien. Wir haben eben auch Leichtigkeit. Leichtigkeit des Seins, miteinander zu kommunizieren und das ist sehr, sehr schön. Man schafft vielleicht auch neue Kontakte, fühlt sich frei, fühlt sich gelöst. Und dann, wenn der Mond im Schützen ist, sehr optimistisch. Das ist wunderbar. Wie gesagt, Uranus hat ja auch immer noch mal Überraschungen parat und einige müssen mit Neptun ein bisschen Acht geben, dass man da nicht übertreibt und total die Bodenhaftung verliert. Ansonsten, ja, startfrei. Einen schönen Donnerstag und wir schauen uns das in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024. 24. Wir haben die Sonne in Zwillinge, kommunikative Energie. Erstmal haben wir noch die Venus in Stier, Merkur in Stier und auch Jupiter und Uranus in Stier. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, Rückbezug auf Macht- und Unmachtthemen. Wir haben den Mars in deinem Zeichen, kurze Zündschuhe und so, haben wir ja schon öfter gesagt. Der Mond befindet sich bis kurz vor halb elf noch im Skorpion, tiefgründig nachdenklich hinterfragen. Dann wechselt der Mond in den Schützen, was natürlich für dich als Widder auch sehr schönes Optimismus weckt. Nicht zu vergessen, gegen Abend wechselt auch die Venus in die Zwillinge und sorgt auch für positive Energien. Wir haben trotzdem heute zwischen Venus, die da noch im Stier ist und Jupiter, der sich im Stier befindet und Neptun eine starke Verbindung. Also da ist sehr besinnliche, gefühlsmäßige Energie vorhanden. Neptun und Saturn sind ja in den Fischen, also man kann sich darauf einstellen. Mars, wie gesagt, im Widder sollte natürlich nicht übertreiben. Auch die Sturheit sollte natürlich nicht übertrieben werden. Wir haben eine Konjunktion zwischen Sonne und Mond, wenn dann auch der Mond in Schütze ist. Also sehr harmonische, optimistische Energien, die sich da aufbauen. Trotzdem sollte man die Bodenhaftung nicht verlieren, selbst wenn es weniger Erdenergien sind, weil es ist wichtig, immer auch das, was wir uns vorstellen und wünschen, mit der Realität abzugleichen, damit wir nicht in idealistische Vorstellungen verfallen, sondern eben auch die Bodenhaftung beibehalten. Wir schauen uns das jetzt mal für den Widder an. Wir haben das Abwägen der Prioritäten. Es ist immer wichtig, sich klar zu sein, was wichtig ist. Heilung, da ist die Wassermann-Energie durch die rückbezügliche Energie von Pluto, rückläufig im Wassermann, eben auch Dinge, die vielleicht noch nicht geklärt sind. Klären, besprechen, kommunikativ ist es ja mit der Zwillinge-Energie. Und da gibt es noch was zu tun. Man muss sich da noch darum kümmern, aber es ist bald geschafft. Die Zehn der Stäbe spricht davon, dass man es überwinden kann und dass man da auch gar nicht mehr so viel Einsatz bringen muss. Aber man muss halt die letzten Schritte noch gehen. Und das hat bei dir auch was mit der Kommunikation zu tun, eben auch darüber zu reden, was dich bewegt, was du möchtest, was dir persönlich wichtig ist. Und ich denke vielleicht auch, gerade beim Widder ist es oftmals so, der steht immer so stark und selbstbewusst da, aber er ist auch empfindsam, auch wenn das viele nicht glauben wollen. Er ist sehr tief empfindsam und er macht das vielleicht öfter auch mit sich alleine aus. Und jetzt gilt es auch vom Widder, das so ein bisschen nach außen zu zeigen, seine Empfindsamkeit natürlich bei den Menschen, die dir am Herzen liegen, damit die auch wissen, dass dir gewisse Dinge auch am Herzen liegen oder dass sie dir was ausmachen. Da findet eine Heilung statt. Und Heilung kann auch bedeuten, dass man neue Prioritäten setzt und sich darüber austauscht. Und das finde ich sehr schön. Das solltest du unter allen Umständen auch nutzen. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024. Die Sonne befindet sich weiterhin in den Zwillingen, fördert die Kommunikation. Venus, Merkur befinden sich im Stier noch. Jupiter und Uranus im Stier. Das sind natürlich stärkende Energie. Gegen kurz vor halb elf heute Abend wechselt dann die Venus auch in die Zwillinge. Also bis dahin haben wir noch die Venus in Stier. Danach gegen halb elf heute Abend wechselt dann die Venus in die Zwillinge. Wir haben den Mond bis kurz vor halb elf heute Vormittag im Skorpion. Hinterfragend, misstrauisch, eher das Haar in der Suppe suchen. Danach wechselt der Mond in den Schützen. Wir haben auch Vollmond im Schützen, was natürlich auch Optimismus weckt, aber eben natürlich nicht zu Übertreibungen verleiten sollte. Der Mars befindet sich im Widder. Da ist eben auch drin, dass man sehr schnell hochgehen kann. Der rückläufige Pluto im Wassermann ermahnt uns dazu, diese Themen Macht und Ohnmacht zu überdenken oder uns auch mit den Dingen auseinanderzusetzen, die noch ausstehen. Neptun und Saturn befinden sich in den Fischen und geben uns Feingefühl, Sensitivität, Einfühlungsvermögen auch. So ein bisschen die Energien um uns herum zu erkennen und entsprechend auch so ein bisschen da anzupassen, also nicht zu übertreiben. Das wäre schon ganz wichtig. Wir haben eben auch erstmal noch eine schöne Verbindung zwischen Jupiter und Venus, die ja noch sich im Stier befindet. Und auch Neptun, da ist sehr viel Idealisierung drin, Fantasie, aber kann natürlich auch sehr schön ausgelebt werden. Und das sollte man dann natürlich auch in Ruhe und ganz entspannt angehen. Wir schauen uns das an, wie das für den Stier heute aussieht. Ja, sehr intuitiv, sehr einfühlsam mit der Hohen Priesterin. Sieben der Stäbe kann der Widerstand sein. Von außen die äußeren Einflüsse oder jemand, der vielleicht auch störend wirkt. Mit dem Turm Hindernisse beseitigen, vielleicht sich erst um, ich sag mal, den Job kümmern und dann ums Privatleben. Ausgewogenheit herstellen. Ich denke, du als Erdenergie kommst damit am besten klar auch, weil du eben ruhig besonnen daran gehst und nicht jetzt davon stürmst oder eben schnell aus der Hose fliegst, sondern es geht darum, sehr behutsam auch mit vielleicht schwierigen Menschen heute umzugehen, freundlich zu bleiben, vielleicht auch tolerant insofern, dass man sagt, derjenige muss ja irgendwas erlebt haben oder dem geht es nicht gut. Aber eben auch, ich sag jetzt mal, zu trennen zwischen den Dingen, die eben, ich sag mal, pure Bosheit sind und Dingen, die eben passieren, weil jemand sich in die Ecke gedrängt fühlt. Ich glaube, dass du da als Vermittler agieren kannst, beziehungsweise dir dadurch auch einigen Stress ersparen kannst. Und wenn das so ist, solltest du das natürlich auch tun und damit eben auch das Privatleben ein bisschen mehr genießen. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024 und die Sonne befindet sich in deinem Zeichen. Das ist großartig. Wir haben auch schon die letzten Tage immer so ein bisschen gekämpft, dass du trotzdem ruhig bleibst, entspannt bleibst. Wir haben ja auch noch die Erdenergie Venus, Merkur, Jupiter und Uranus im Stier. Die Venus wechselt heute Abend gegen kurz vor halb elf in die Zwillinge. Da wird es ein bisschen unruhiger, da wird es ein bisschen unsteter, aber bis dahin haben wir noch die schöne Erdenergie. Da ist auch eine Verbindung zwischen dem Jupiter, der ja auch in Stier ist, der Venus und Neptun. Jetzt musst du natürlich mit Neptun aufpassen. Neptun, ja, ich sag mal, bringt dich auch schon mal ein bisschen aus dem Tritt. Er ist in den Fischen, genauso wie Saturn. Sich an die Fakten halten, ruhig bleiben, entspannt bleiben, nichts überstürzen und sich bitte auch nicht verzetteln und natürlich auch sich nichts vormachen. Der Mond ist erstmal noch in Skorpionen, hinterfragend, misstrauisch, ja, und dann gegen halb elf heute Vormittag wechselt dieser Mond in den Schützen, was für dich als Zwilling auch schön ist, aber auch bitte nicht übertreiben, nicht zu viel sich auch überfordern oder so. Das ist ganz wichtig. Diese Energie solltest du auch mindestens bis Jahresende beibehalten, weil wir bekommen noch sehr viele schöne Energien für dich, aber die gehen nur in Erfüllung, wenn man Ruhe bewahrt. Deswegen sage ich das immer. Und ja, Optimismus ist gut, Übertreibung wäre nicht so gut. Wir haben auch den Mars im Wetter. Da kann man auch sehr leicht überbordende Gefühle oder Entscheidungen treffen. Auch das sollte man nicht tun. Man sollte auch nicht zu eigenwillig sein. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann. Eine Energie, wo man eben rückbezüglich auf Macht- und Ohnmachtthemen schaut und diese auch lösen kann jetzt. Seit gestern haben wir ja so eine Energie. Aber auch das geht nur, wenn man Ruhe bewahrt und wenn man sich nicht zu viel vornimmt und auch nicht zu hohe Erwartungen generiert. Ja, das ist ganz wichtig. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das mit Neptun, Saturn in den Fischen und auch den anderen Energien für die Zwillinge heute aussieht. Transformation, Veränderung. Veränderungen finden statt. Man sollte fokussiert bleiben als Zwilling auf das, was man gerade tut. Und man soll sich um sich selber kümmern, um die eigenen Gefühle, um das eigene Vorankommen, den nächsten Schritt planen. Die Neuen der Münzen ist die Unabhängigkeit, die Freiheit, die du ja auch suchst. Aber sie generiert auch Ruhe. Also eben gute Planung, gute Vorbereitung. Man soll sich in aller Ruhe überlegen, was man als nächstes tut. Und das, wie gesagt, gilt nicht nur jetzt, sondern auch für den Rest des Jahres mindestens. Und da können auch gute Absprachen drin sein, die Gespräche über Dinge, die man aus der Welt schaffen kann. Aber bitte, lieber Zwilling, alles in Ruhe. Versuch dir so ein bisschen diese Stierenergie anzueignen. Vielleicht hast du das auch zum Teil schon getan. Wir wollen ja, dass das erfolgreich wird, auch wenn dann Jupiter in dein Zeichen wechselt. Und das geht nur, indem du das in den Griff hast. Und ich denke, dass du die Veränderungen einläuten kannst und auch planen kannst und umsetzen kannst. Aber Ruhe bewahren ist das oberste Geburt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Gute, ja, schöne Energien, die wir auch haben mit Jupiter und Neptun und Stierenergie in Venus noch. Aber eben Ruhe bewahren. Viel Erfolg. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024 und wir haben die Sonne in Zwillinge. Da ist es vielleicht manchmal ein bisschen unruhig, aber die Kommunikation boomt halt. Also man kann sich gut unterhalten mit vielen Leuten. Es kann manchmal sich etwas oberflächlich anfühlen. Aber bitte, lieber Krebs, sei trotzdem offen für die Kommunikation. Sie kann einiges Positives auch für dich beinhalten. Wir haben noch die Venus in Stier. Die wechselt heute Abend gegen kurz vor halb elf in die Zwillinge. Auch da wird es dann ein bisschen unsteter. Da kommen wir dann morgen zu. Der Merkur ist im Stier, Jupiter und Uranus. Das sind die unterstützenden Energien. Wir haben auch heute zwischen Venus, Jupiter und auch Neptun. Eine schöne Verbindung. Das kann im privaten Bereich, im Gefühlsbereich sehr schön auch für dich wirken als Krebs. Ja, also genieße das bitte. Der Mond ist auch noch im Skorpion, der so ein bisschen hinterfragt und misstrauisch ist, bis etwa kurz vor halb elf heute Vormittag. Ja, dann wechselt da der Mond in den Schützen. Wir haben auch noch Vollmond im Schützen. Bedeutet, sehr viel Optimismus kommt dazu, sehr viel Energie im Sinne von, ach, lass uns das mal ausprobieren. Man soll natürlich nicht übertreiben und immer schön auch realistisch bleiben. Das ist ganz wichtig. Wir haben noch den Mars im Widder, der natürlich immer noch sehr reizbar sein kann. Also das ist die Energie, die da ist. Die kann aber jeden betreffen, auch den Krebs. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der Rückbezug auf Macht und Ohnmacht Themen, auf die Regelung und wir haben seit gestern eben auch eine Energie, diese Dinge lösen zu können. Ja, also das muss nicht an einem Tag passieren, aber man hat Gelegenheit über die Kommunikation diese Dinge beizulegen, zu verbessern. Ja, und das sollte man natürlich dann auch versuchen. Was haben wir heute für den Krebs? Auch da sind die Transformationsenergien da, die Veränderungen. Wir haben die Erfahrungswerte, die du hast, was du schon erlebt hast. Und wir haben die Nervosität, die natürlich auch durch die Zwillinge-Energie einsetzen könnte. Vielleicht befürchtest du, dass da einige Dinge vielleicht nicht so laufen, wie du dir das gedacht hast oder dass du Angst hast, dass irgendwas schief gehen könnte. Lieber Krebs, es ist so, dass die Dinge meistens nicht so kommen, wie wir uns das wünschen. Aber die Offenheit, sich darauf einzustellen und trotzdem adäquat zu reagieren, das ist die Kunst. Und wir haben hier mit dem Turm eben auch weniger ist mehr. Mach dir nicht so viele Gedanken darüber, was passieren könnte, sondern mach dir Gedanken darüber, wie du das, was anders kommt, für dich nutzen kannst, wie du damit umgehen kannst. Das ist so mein Tipp für dich. Also nicht in Ängste verfallen, sondern sagen, wenn das so und so kommt, dann mache ich das und das, weil das für mich wiederum auch was Positives hat. Es geht darum, ein bisschen flexibler zu sein. Da räumt man dann praktisch die Altlasten weg, also die Dinge, wo man sich immer verrückt gemacht hat vielleicht vorher und stellt fest, dass es gar nicht so wild ist. Und man macht Platz für Neues, für neue Einstellungen, für neue Erfahrungen und neue Möglichkeiten. Das kann ich dir nur ans Herz legen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024. Wir haben die Sonne in Zwillinge. Großartige Kommunikation kann bisweilen auch mal ein bisschen viel werden. Man sollte da sich nicht zu sehr von allem wegbringen oder ablenken lassen. Wir haben die Venus noch im Stier. Die wechselt heute Abend gegen kurz vor halb elf in die Zwillinge. Da wird es da auch ein bisschen unruhiger. Aber noch ist sie im Stier. Merkur ist im Stier. Jupiter und Uranus befinden sich im Stier. Und dieser Jupiter geht eine schöne Verbindung ein mit der Venus im Stier und dem Neptun. Da kann man eben auch eine schöne Zeit verbringen heute zwischenmenschlich. Also man sollte dann in Ruhe die Dinge genießen können und wollen natürlich auch. Klar. Neptun kann so ein bisschen ja Idealisierung reinbringen. Aber wenn man weiß, das ist für einen Moment, ist das vollkommen in Ordnung. Der Mond ist noch im Skorpion. Hinterfragend, misstrauisch, ja vielleicht auch in allem das Negative suchend. Wechselt aber auch heute Vormittag kurz vor halb elf in den Schützen. Das ist ein toller Energieoptimismus, positive Attitüde. Man soll sich natürlich auch da, ich sage jetzt mal, an die Gegebenheiten anpassen. Also man soll nicht übertreiben. Wir haben auch den Vollmond im Schützen, was eine sehr tolle Energie ist. Aber auch du als Löwe solltest da eben immer auch die Realität, das Pragmatische mit im Auge haben. Wir haben den Mars im Widder, der natürlich die Eigenwilligkeit verstärkt, auch in Verbindung mit der Stierenergie. Auch da sollte man nicht auf irgendwas Bestehenbaren zu stur sein, sondern flexibel. Also einfach mal zuhören und dann überlegen und sich Zeit lassen. Das ist wichtig. Und das gilt nicht nur für heute. Das gilt auch für den Rest des Jahres Minimum. Nicht überstürzen. Mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann haben wir auch eine Energie, wo wir rückbezüglich mal schauen können, wo wir was ein bisschen feiner machen können oder wo wir eben auch auf Dinge zurückkommen können oder die Dinge kommen auf uns zurück. Da haben wir seit gestern eine schöne kommunikative Energie, die man nutzen kann. Das heißt nicht, dass man jemanden kaputt reden sollte, sondern dass man auch zuhört und dass man Austausch stattfinden lässt. Neptun und Saturn in den Fischen sorgen natürlich für das Beingefühl und da kann man sehr viel mit erreichen. Aber wie gesagt, man muss das richtige Maß dafür finden. An etwas festhalten kann natürlich Sturheit bedeuten oder sich was sparen. Vielleicht auch an einer Situation oder einer Person festhalten. Wir haben die Heilung mit Sternen, Wassermannenergie und Freundliches entgegenkommen. Also ich denke mal, dass man eben im Austausch mit anderen oder auch für sich selbst eine positive Entwicklung herstellen kann, wenn man eben nicht stur ist, sondern freundlich und wenn man auch andere Möglichkeiten in Betracht sieht. Wir haben die zwei der Stäbe. Du stehst vor einer Weggabelung, musst dich aber überhaupt nicht sofort entscheiden. Lass dir da bitte Zeit, auch wenn sehr viel Optimismus reinkommt, sehr viel Kommunikation. Da brauchst du vielleicht auch mal einen Moment, wo du in Ruhe über die Dinge nachdenken kannst, bevor dir jemand dazwischen quatscht oder so, ja, oder dich überredet. Du bist nämlich als Löwe auch sehr schnell geneigt, den Leuten, die dir, ich sag mal, Komplimente machen oder irgendwie was schönreden, dem zu folgen. Also du solltest auch dir Zeit lassen bei deinen Entscheidungen und natürlich die schönen Momente genießen und eben auch Dinge zulassen, die sich bei dir und mit dir verändern. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024. Wir haben die Sonne in Zwillinge. Sehr viel Kommunikation, Austauschgespräche, aber auch interessante Aspekte, wenn man auch zuhören kann, die einen auf Ideen bringen können. Ja, wir haben noch die Venus in Stier. Heute Abend gegen halb elf, kurz vor halb elf, wechselt die Venus in die Zwillinge. Das heißt, bis dahin haben wir noch eine sehr ruhige, sehr angenehme Energie, auch mit Jupiter und Neptun, ja, wo wir wieder beim Thema sind, Neptun, ja, die man genießen sollte. Jetzt muss man natürlich schauen, du hast mit Neptun eben auch, ich sag mal, Illusionen drin, Gedankengänge, die dich irgendwo hintreiben oder auch Gefühle, die du nicht direkt, ja, weißt, wo sie herkommen. Da ist es immer auch riskant, dass man idealisiert oder sein Ideal drüber stülpt. Da musst du natürlich ein bisschen Acht geben. Realität sollte auch vorhanden sein, aber für den Moment darf man natürlich nach Herzenslust genießen. Der Mond befindet sich bis etwa kurz vor halb elf heute Vormittag im Skorpion. Da ist wieder der riesen Ehrgeiz da, das Misstrauen, die Skepsis. Dann wechselt der Mond in den Schützen. Ist nicht deine Energie, kommt dir ein bisschen zu optimistisch vor, aber lass dich ruhig ein klein wenig von diesem Optimismus anstecken. Wir haben nämlich auch Vollmond in Schütze, ja. Nicht übertreiben, klar, alles, was übertrieben wird, ist nicht wirklich zielführend. Dafür hast du ja noch die Erdenergien. Wir haben auch den Mars im Wetter. Da muss man aufpassen, der ein oder andere oder du selber könnte ein bisschen schnell aus der Hose fliegen. Das wäre nicht so gut, ja. Lieber freundlich bleiben. Neptun und Saturn in den Fischen sorgen ja auch dafür, dass wir uns ein bisschen auf unsere Mitmenschen einstellen. Du läufst halt als Jungfrau unter anderem auch Gefahr, dass du da so ein bisschen dein, ja, dein ideales Bild überstößt oder dir Dinge zusammenreimst. Da musst du aufpassen. Kopfkino ist nicht angesagt. Wir halten uns an die Fakten. Der rückläufige Pluto im Wassermann bringt Themen wieder hoch. Macht und Ohnmacht oder man kümmert sich selber drum. Kann man wunderbar seit gestern durch die Kommunikation beilegen. Sollte man dann auch versuchen. Wir haben für die Jungfrau auch die zwei der Stäbe. Man steht vor einer Weggabelung. Das heißt aber nicht, dass man sich stressen muss oder beeilen muss. Man sucht sich einfach das aus, was jetzt gerade anliegt. Ja, das muss jetzt nicht die Entscheidung sein. Aber das, was gerade zu tun ist, man ist nervös und fahre ich durch die Energie in Zwillinge. Klar, aber es ist wichtig, dass man diese Nervosität, diesen Wettbewerbsgedanken oder ähnliches nicht auf sich wirken lässt, sondern dass man eben auf die Sachen sich fokussiert, die man machen muss und die fünf der Stäbe vielleicht als sportlichen Wettbewerb sieht. Wenn ich diesen Stab dazu füge, also ich mache, was ich machen muss und ich gehe in nette Gesellschaft und man strebt so ein bisschen oder man pusht sich gegenseitig so ein bisschen, kann das sehr erfolgreich sein. Und wenn wir dann noch zusammenzählen, dann haben wir sechs Stäbe den Erfolg und wenn wir die zwei Stäbe dazu tun, haben wir die Kommunikation, nämlich die acht der Stäbe. Also lass dich ruhig ein klein wenig von dem Optimismus anstecken, denn wir haben die Sonne. Eine sehr schöne Energie erstmal auch mit Venus und Jupiter und Neptun, solange man auf den Fokus setzt und sagt, ich halte mich an das, was ich weiß, an das, was ich kenne und ich bin positiv gestimmt. Dann kann das ein sehr, sehr schöner Tag für dich als Jungfrau werden. Das wünsche ich dir und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024. Mit der Sonne in Zwillinge fährst du wunderbar. Du läufst nur auf Gefahr, dich zu verzetteln, dich um zu viele Dinge gleichzeitig zu kümmern. Da solltest du natürlich selber darauf achten, dass das möglichst nicht passiert. Wir haben die Venus noch in Stier, der Merkur in Stier, Jupiter und Uranus in Stier. Das bedeutet sehr viel Erdenergie. Da kann man sich beruhigen, da kann man auch eben den Moment nutzen und auch mal tief durchatmen. Wichtig ist auch, wir haben heute eine starke Verbindung zwischen Jupiter, Venus und Neptun. Also sehr gefühlvoll, sensitive Energien im zwischenmenschlichen Bereich und die sollte man nutzen. Gegen etwa kurz vor halb elf heute Abend wechselt dann die Venus in die Zwillinge, was auch sehr schön ist für dich. Aber auch da gilt es nicht zu übertreiben, nicht zu viel versprechen oder sich selber zu viel von etwas versprechen, sondern auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Das gilt nicht nur für heute, auch für den Rest des Jahres Minimum. Also ein bisschen geerdet zu bleiben ist keine schlechte Idee. Der Mond befindet sich noch im Skorpion bis etwa kurz vor halb elf heute Vormittag. Dann wechselt diese Energie in den Schützen. Optimismus, Strahlkraft, ja man geht die Dinge leichter an, eine gewisse Leichtigkeit ist da drin. Wir haben auch Vollmond in Schütze, aber auch da gilt es auf dem Boden der Tatsachen zu agieren. Neptun und Saturn in den Fischen. Einfühlungsvermögen kommt heute sowieso sehr gut an. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der eben auch auf Dinge zurückkommt, die Macht und Ohnmacht betreffen oder eben auch Themen wieder aufbringt. Seit gestern haben wir da ja auch eine tolle Energie, diese aus der Welt zu schaffen, zu klären, zu besprechen. Und das sollte man, wenn sich die Gelegenheit bietet, auch nutzen. Der Mars im Wetter kann den ein oder anderen ein bisschen schnell auf die Palme bringen. Das kannst du sein, das kann auch jemand anderer sein. Auch da gilt es, ja ein bisschen tolerant und sanftmütig zu sein, nicht zu stur zu agieren, auch mit den vier Energien, dass man eben nicht auf seinem Standpunkt beharrt, sondern auch zuhören kann. Das ist besonders wichtig. Schauen wir uns das jetzt mal an, wie das für die Waage heute aussieht. Du machst dir ein paar Dinge Sorgen, bist vielleicht nervös aufgebracht. Wichtig ist weiterhin die Kommunikation darüber. Beziehungen sind wichtig, also sowohl die Beziehung, die du zu dir selbst hast, als auch zu anderen oder mit anderen. Ein offenes Gespräch kann helfen. Natürlich, wie gesagt, mit Feinfühligkeit, wann sich das ergibt, beziehungsweise wenn die Möglichkeit besteht. Liebevolle Fürsorge, sich selbst angedeihen lassen, aber auch anderen, ja. Also nicht zu selbstorientiert agieren. Wir haben auch den Page der Kelche, positive Rückmeldungen kommen dann. Also es ist nicht schlimm, wenn man sich Sorgen macht. Es ist schlimm, wenn man sie für sich behält und sich nicht austauscht. Und vielleicht auch auf die Sorgen und Nöte der anderen, naja, zumindest ein offenes Ohr dem schenkt. Also das wäre schon ganz gut. Man kann sich miteinander und füreinander eben einsetzen, dass die Dinge besser werden. Das braucht auch Geduld und gute Überlegung und Planung. Und deswegen lege ich dir auch ans Herz, liebe Frage, es ruhig, entspannt anzugehen und keine schnellen, kurzfristigen, unüberlegten Handlungen einzuführen. Sowohl in der Kommunikation nicht, als auch langfristig nicht. Aber das sieht sehr schön, sehr harmonisch aus. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Donnerstag, 23. Mai 2024. Ja, wir haben die Sonne weiterhin in den Zwillingen. Da kann eine Menge los sein. Das kann dich sogar stressen. Deswegen bist du angehalten, in Ruhe auch so ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Also nicht dazwischen zu gehen, sondern dich vielleicht auch mal ein Stück weit zurückzuziehen, wenn es dir zu viel wird. Der Mond ist im eigenen Zeichen und macht dich eh ein bisschen misstrauisch und skeptisch. Bis kurz vor halb elf, heute Vormittag, dann wechselt der Mond in den Schützen. Dir ist auch sehr optimistisch, die Energie. Aber vielleicht ist ja das auch mit der Zwillinge-Energie zusammen ein bisschen zu viel. Geh es ruhig an. Kein Stress. Mach dir keinen Stress und lass dich auch von anderen nicht stressen. Wir haben nämlich Vollmond im Schützen. Da gibt es sehr schöne Energien, die den Optimismus schüren. Und vielleicht ist das auch ganz schön für dich als Skorpion. Denn wir haben noch die Venus im Stier. Das bedeutet, bis kurz vor halb elf heute Abend ist die Venus noch im Stier und wechselt dann auch in die Zwillinge. Da wird es auch im Beziehungsbereich vielleicht ein bisschen unsteht. Aber wir haben eben auch eine gute Kommunikation drin. Und wenn man sich darauf, ja ich sag mal, bezieht, in Ruhe über die Dinge zu sprechen, kann auch das sehr harmonisch wirken. Diese Venus ist in Verbindung mit Jupiter, der sich ja auch im Stier befindet, und auch mit Neptun. Also man kann einen sehr schönen, liebevollen Tag vergeben. Und man kann eben Dinge auch aus der Welt schaffen. Jupiter und Uranus sind ja auch im Stier und stärken dich mit neuen Möglichkeiten, Perspektiven, Veränderungen. Wir haben den Mars im Wetter. Das kann die Zündschnur, wie ich das schon bärfach sagte, ein bisschen kurz halten. Der eine oder andere ist vielleicht auch nervös und aufgebracht. Da solltest du nicht mitmachen. Da solltest du eben auch, wie ich sagte, für Ruhe sorgen, dich ein bisschen zurückziehen. Wir haben mit dem rückläufigen Pluto ja auch diese Altthemen, Macht und Ohnmacht, die auch wieder aufkommen können. Aber wir haben seit gestern eben diese kommunikative Energie, wo man Dinge wirklich auch aus der Welt schaffen kann. Und wenn man das kann, sollte man das auch tun. Neptun und Saturn helfen beim Einfühlungsvermögen. Was haben wir für den Skorpion? Wir haben den König der Stäbe. Feuerenergie. Kann sein, dass du eben auch mit dieser Energie ein bisschen auf Dingen beharrst, ein bisschen rechthaberisch bist. Denn die Widderenergie und die Stierenergie sind dahingehend ähnlich. Es geht um Beziehungen. Druck ausüben wäre eine ganz falsche Energie. Und auch sich selber unter Druck zu setzen oder eben auch nach vorne bringen zu wollen, krampfhaft wäre keine gute Idee. Besser wäre es, da den Optimismus reinzubringen, eben dass man die Dinge klären kann. Der Ritter der Stäbe ist eine Energie des spielerischen Herangehens und auch etwas zu riskieren. Also ich denke, wenn, dann sollte dieses Risiko vielleicht in der Kommunikation liegen, sich optimistisch mit anderen auseinanderzusetzen, Toleranz zu zeigen und Flexibilität. Das bedeutet auch, sich anzuhören, was andere möchten, gerade so im privaten Bereich oder im Freundeskreis und so, damit spielerisch umzugehen. Da ist deine Energie der König der Kirche. Du bist liebevoll entgegenkommend, feinfühlig und du kannst auch davon profitieren, auch wenn es jetzt mit der Zwillinge-Energie so ein bisschen sich ein bisschen oberflächlich anfühlt. Aber die Kommunikation hilft eben, sich mit anderen auszutauschen. Und da sollte man dann natürlich diese Gelegenheit auch nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024. Pardon. Wir haben die Sonne in den Zwillingen. Gute Kommunikation, Austausch, vielseitige Interessen. Du bist natürlich auch geneigt, vielem zu folgen. Du solltest dir aber wenigstens da überlegen, ob du dich nicht verzettelst, denn das ist die Gefahr, die dabei besteht. Also bleibe bei den wichtigsten Themen, bei dem, was du gerade tust und was du langfristig erreichen willst. Alles andere sollte hinten anstehen. Die Venus befindet sich noch im Stier, wechselt heute Abend gegen kurz vor halb elf in die Zwillinge. Da wird es auch ein bisschen unruhiger. Viele neue Kontakte können dazu kommen. Aber das besprechen wir dann morgen. Wir haben dann den Merkur, den Jupiter und den Uranus im Stier. Auch sehr ruhige, pragmatische Energien, mit denen du auch gut zurecht gekommen bist bisher, soweit ich das sehen konnte. Wir haben den Mond bis kurz vor halb elf in Skorpion. Hinterfragend, ein bisschen Pessimismus ist vielleicht drin. Ehrgeiz natürlich auch. Das wechselt kurz vor halb elf heute Vormittag, denn der Mond geht in dein Zeichen. Da ist der Optimismus, da ist die Offenheit, die Toleranz, die Flexibilität. Aber du musst aufpassen, dass du dich mit der Zwillinge-Energie nicht verzettelst. Denn das ist die Gefahr, die dabei besteht. Wir haben natürlich viele Möglichkeiten, mit der Kommunikation voranzukommen. Aber wir sollten trotzdem die Bodenhaftung nicht verlieren. Wir haben den Mars im Widder. Auch der ist sehr, sagen wir mal, sehr durchsetzungsfähig, hat Führungsqualitäten und einen Dickkopf, genau wie die Stier-Energie. Man sollte nicht zurechthaberisch und selbstgerecht daherkommen, auch wenn wir den Vollmond im Schützen haben, der dich enorm stärkt. Aber es kann dazu führen, dass man sich überschätzt oder einfach auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen möchte. Der rückläufige Pluto im Wassermann erinnert uns daran, dass wir da noch ein paar Baustellen haben oder Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, die wir durch die schönen Energien seit gestern beilegen können und hinter uns lassen können. Aber nur, wenn wir eben auch gemäßig daran gehen. Also das ist schon mal sehr möglich oder sehr schön, dass das möglich ist. Wir haben noch Neptun und Saturn in den Fischen, das Einfühlungsvermögen und die Fantasie. Neptun kann auch immer wieder dazwischengrätschen, kann dir das Gefühl geben, dass du jetzt unbedingt was durchsetzen willst. Halte dich an die Fakten. Das kann ich dir nur immer wieder sagen. Wenn du zu großspurig mit irgendwas davon gehst, dann kann sich das als Bumerang erweisen. Deswegen bleibe auf dem Teppich. Ganz, ganz wichtig. Wir schauen uns an, was wir für den Schützen haben. Liebevolle Fürsorge, die du erhältst oder anderen zuteil werden lässt. Also Einfühlungsvermögen. Disziplin, Durchhaltevermögen, innere Kraft. Das heißt aber trotzdem nicht, dass du alle möglichen Probleme, Sorgen und Nöte anderer heilst, sondern dass du dich bitte in erster Linie um dich selber kümmerst. Dann strahlt dir die Sonne. Und das bedeutet eben, gute Kommunikation, Austausch, Lösungen, wie wir sagten, mit den Problemen vielleicht oder Dingen, die vorgekommen sind, ist alles möglich. Aber du musst, und das ist wirklich ein Muss, Prioritäten setzen. Als allererste Priorität solltest du selber sein. Weil wenn es dir gut geht, dann kannst du auch anderen helfen. Wenn es dir nicht gut geht, dann geht das gar nicht. Und deswegen kümmere dich darum, diszipliniert eine Auswahl zu treffen, was dich selbst betrifft und was dein Vorgehen betrifft. Und nicht Hals über Kopf irgendwie Entscheidungen zu treffen oder eben auch dich von anderen überzeugen zu lassen. Kümmere dich in allererster Linie um die Dinge, die dir wichtig sind und erst dann um die der anderen. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Steinbock. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024. Mit der Sonne in den Zwillingen ist natürlich Kommunikation oberstes Gebot. Viele neue Möglichkeiten ergeben sich, neue Kontakte etc. Alles möglich. Es kann dir als Steinbock auch ein wenig zu viel sein. Da bist du nicht der oder die Einzige. Es gibt viele, denen das dann manchmal auch ein bisschen zu viel wird. Dann kann man ja dafür sorgen, freundlich und entgegenkommen, dass man auch mal ein bisschen Zeit für sich hat. Das solltest du sowieso im Laufe des Jahres weiterhin auch tun. Wir haben noch die Venus in Stier. Die wechselt heute Abend gegen kurz vor halb elf in die Zwillinge auch. Ja, da wird es auch in Beziehungen ein bisschen unruhig vielleicht. Und dann haben wir den Merkur in Stier, Jupiter und Uranus sowieso. Das heißt, du hast weiterhin diese Unterstützung. Aber du hast eben auch die Gefahr auf Sturheit und ein bisschen Selbstgerechtigkeit und Rechthaberei. Denn auch der Mars ist weiterhin im Widder. Der Mond befindet sich im Skorpion bis kurz vor halb elf. Da ist weiterhin der Ehrgeiz, vielleicht auch dieses Hinterfragen, pessimistisch an die Dinge rangehen. Das wechselt dann kurz vor halb elf heute Vormittag in den Schützen. Da ist der Mond im Schützen. Wir haben auch Vollmond in Schütze. Der Optimismus geht natürlich viral, klar. Aber man darf und sollte nicht übertreiben. Aber ich glaube, die Gefahr besteht bei dir nicht. Wir haben bis dahin eben auch eine schöne Energie zwischen der Venus im Stier, dem Jupiter im Stier und dem Neptun in den Fischen. Also ein schöner Tag steht bevor, auch im zwischenmenschlichen Bereich, wenn man sich darauf einlässt und Zeit dafür nimmt. Und sich eben auch austauscht. Wir haben, wie gesagt, den Mars im Widder. Ja, man kann eine kurze Zündschnur haben oder jemand anderer. Da muss man ein bisschen darauf achten. Neptun und Saturn helfen ja, dass man das erkennt frühzeitig. Der rückläufige Pluto im Wassermann erinnert uns an Macht- und Ohnmachtthemen. Die Dinge können aus der Welt geschafft werden. Man kann es anders angehen. Da haben wir seit gestern schöne Kommunikation drin. Man kann darüber sprechen. Man sollte das natürlich auch nutzen, wenn man das möchte. Und ich denke, dass du als Steinbock eben auch dazu geleitet wirst, weiterhin pragmatisch vorzugehen. Trotzdem ein wenig offen für die Vorschläge und Ideen anderer zu sein und auch mehr zu genießen. Wir schauen mal, was wir für den Steinbock heute haben. Da ist die Kommunikation. Der Austausch ist wichtig, lieber Steinbock. Die liebevolle Fürsorge, liebe Worte, entgegenkommen. Das ist sowohl das, was du empfindest und zeigst, als auch das, was du bekommst. Ja, liebevolles Miteinander. Da haben wir heute diese tolle Energie. Und ganz viel Liebe. Lass dir das bloß nicht durch die Lappen gehen. Da musst du eben auch genießen können. Deine Aufgaben erledigst du sowieso akkurat, aber dann sollte auch Zeit genug sein fürs Private, fürs Zwischenmenschliche. Du machst dir zu viele Sorgen. Vielleicht machst du dir um die falschen Dinge Sorgen, nämlich um das Geschäftliche mehr als ums Private. Sprich über deine Sorgen und Nöte mit denen, denen du vertraust. Das ist ein großer Liebesbeweis für einen Steinbock, das mit seinen Lieben eben auch zu tun, mal mitzuteilen, was einen so stört oder was schiefläuft und wo man eben auch manchmal ein bisschen verzweifelt ist. Auch ein Steinbock braucht ab und zu ein bisschen Unterstützung. Du wirst überrascht sein, wie viel Schönes und wie viel Liebevolles dir da entgegenkommt. Ich wünsche dir dabei viel Freude, viel Genuss und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024. Ja, wir haben die Sonne in den Zwillingen, was schon großartig ist für dich als Wassermann. Die Kommunikation wird gestärkt, aber du läufst natürlich selber auch Gefahr, dich ein bisschen zu verzetteln, zu viele Dinge gleichzeitig zu wollen, zu tun, umsetzen zu wollen. Halte dich da an den Pragmatismus, den wir bisher so gepredigt haben, dass man eben, ja, realistisch bleibt. Ja, also nicht irgendwelche Luftschlösser baut oder Pläne, die eben noch nicht ausgegoren sind. Man muss schon auch auf dem Teppich bleiben. Die Venus ist noch im Stier, wechselt heute Abend eben auch kurz vor halb elf in die Zwillinge. Da wird es auch, ja, sehr interessant, aber eben auch sehr ablenkend, sage ich mal. Sehr viele neue Kontakte sind möglich, der Austausch ist da, aber da kommen wir dann morgen zu. Wir haben den Merkur im Stier, wir haben Jupiter und Uranus im Stier und wir haben heute eine sehr schöne Energie im Zwischenmenschlichen, eben mit dieser Venus, dem Jupiter und dem Neptun. Man kann also einen sehr schönen, liebevollen Tag verleben, wenn man genussfreudig ist und natürlich nicht hetzt oder keine Eile hat. Man muss sich auch darauf einlassen wollen. Neptun und Saturn sind in den Fischen. Einfühlungsvermögen ist immer gut, wenn man das hat und wenn man das einbringen kann. Der Mond ist erstmal noch im Skorpion bis kurz vor halb elf heute Vormittag. Dann wechselt der Mond in den Schützen. Optimismus, da ist Toleranz drin, da sind auch Gespräche drin. Aber man sollte weder mit der Zwillinge-Energie noch mit der Schütze-Energie die Bodenhaftung verlieren. Das ist ganz wichtig, denn wir haben auch Vollmond in Schütze. Das wird also sehr viel verstärkt, der Optimismus, obwohl das ja gut ist. Aber man sollte trotzdem eben auch aufpassen. Man sollte sich vergewissern, dass das auch tatsächlich so ist und nicht nur gewünscht ist. Der Mars befindet sich in Wetter. Durchsetzungskraft, kurze Zündschnur. Man kann sehr schnell aus der Hose fliegen, wenn was nicht so klappt. Das kommt gerade dann vor, wenn man sich verzettelt, wenn man sich zu viel vornimmt und wenn man vielleicht auch, sagen wir mal, unrealistische Forderungen stellt oder an sich selber auch diese Forderungen hat. Das sollte man nicht tun. Der rückläufige Pluto in deinem Zeichen sorgt dafür, dass wir uns mit den Dingen auseinandersetzen, wie wir damit vorher umgegangen sind. Macht- und Unmachtthemen. Da können auch einige Themen wieder hochkochen und gerade zur Lösung parat stehen. Denn wir haben seit gestern eben die Kommunikation sehr stark darin, dass man das aus der Welt schaffen kann, wenn man das will. Aber die Möglichkeit besteht. Was haben wir heute für den Wassermann? Der Magier. Manifestation. Das, was du umsetzen möchtest, kannst du in die Tat umsetzen. Aber nicht ad hoc und von jetzt auf gleich, sondern nur durch gute Planung. Der Neuanfang steht sozusagen bevor, aber auch dieser Neuanfang sollte geplant sein. Das heißt also, faires Miteinander abwägen. Ja, sechs der Münzen ist, keiner wird übersehen, keiner kommt zu kurz. Und das gilt genauso auch für Projekte, für Dinge, die wir umsetzen wollen. Wir haben die Liebenden, die Zwillinge-Energie. Die Entscheidung sollte natürlich dahin gehen, dass man das tut, was man gerne tun möchte. Aber man sollte eben auch schauen, was geht davon. Das ist Erdenergie. Und das bedeutet, was ist machbar? Was kann ich umsetzen? Mit wem muss ich sprechen, damit diese Dinge auch funktionieren? Darauf kommt es jetzt an. Und mit Charme, mit Kommunikationsstärke und mit Einfühlungsvermögen solltest du auch einiges auf den Weg bringen können. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Donnerstag, 23. Mai 2024 und wir haben die Sonne weiterhin in Zwillinge. Da kann richtig viel los sein, Kommunikation. Kommunikation ist grundsätzlich stark und schön, aber wirkt für die Fische ein bisschen oberflächlich. Das sind keine tiefschürfende Gespräche, sondern es sind Floskelnettigkeiten, die man austauscht. Auch das hat seine Berechtigung und ist auch manchmal angebracht. Jetzt haben wir die Venus im Stier, noch im Stier. Die wechselt heute Abend kurz vor halb elf in die Zwillinge. Da wird es dann da auch noch ein bisschen unsteter, aber bis dahin haben wir noch eine schöne Energie. Das sage ich dir gleich. Merkur ist in Stier, Jupiter und Uranus in Stier. Das sind so die Tragpfeiler auch für die Fische, die dich eben auch pragmatisch nach vorne bringen, Stabilität sichern und eben auch die Bodenhaftung festigen. Und da solltest du auch, wenn diese Energien mal nicht mehr so stark vorhanden sind, weiter drauf hinarbeiten, dass du eben nicht den Boden unter den Füßen verlierst oder die Realität aus den Augen. Der Mond befindet sich im Skorpion. Der ist so ein bisschen hinterfragen, skeptisch, pessimistisch. Das wechselt kurz vor halb elf heute Vormittag. Dann wechselt der Mond in den Schützen. Schützeenergie ist nicht deins, aber trotzdem kannst du vielleicht auch ein bisschen Optimismus gut gebrauchen. Wir haben auch Vollmond im Schützen. Das verstärkt das Ganze nur. Es wird nur vor Übertreibungen gewarnt. Also wenn man irgendwie, ich sage jetzt mal, zu weit geht, die Dinge überzieht, dann geht das schief. Wir haben Neptun, Saturn im eigenen Zeichen. Mit Neptun bitte natürlich auch Zeit nehmen für die Fantasien, die man ausleben möchte, aber zum rechten Zeitpunkt und da, wo man dann auch Zeit dafür hat. Bis dahin gilt es natürlich seinen Verpflichtungen nachzukommen und sich auch von den ganzen Energien, die da sind, möglichst nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben den Mars im Widder, der natürlich auch manchmal ein bisschen ungehalten reagieren kann, stur, uneinsichtig, rechthaberisch, genauso wie die Stierenergie. Also das kann vorkommen, auch bei dir. Wir haben den rückläufigen Pluto im Wassermann, der Rückbezug auf die Themen Macht und Ohnmacht. Auch da kann man was klären. Vielleicht auch Themen, die noch da sind, rückbezüglich bearbeiten, durch Kommunikation, alles möglich. Man muss sich nur darum kümmern. Wir schauen mal. Wir haben die Herrscherin. Du kommst weiterhin gut voran. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben den Ritter der Stäbe. Da wird man vielleicht ein bisschen abenteuerlustig, risikofreudig. Man sollte aber immer darauf schauen, was einem selber gut tut. Man sollte nicht so sehr schauen, was andere wollen und was andere von dir erwarten, sondern was du für dich vertreten kannst, wie du das Risiko einschätzt und ob du es überhaupt eingehen möchtest. Also es ist wichtig, dich selbst darüber im Klaren zu sein, unabhängig von allen anderen. Wenn du dann so, ich sag mal, dich selber so beflügelst, vielleicht auch durch schöne Ereignisse, haben wir den Gehengten. Ein bisschen beobachten, was um einen herum geschieht und wie man das verwertet oder wie man das für sich klarstellt und sieht, beurteilt. Ja, das ist wichtig, dass man da eben hinschaut. Wir haben ja heute diese Energie mit der Venus im Stier, mit Neptun und auch mit Jupiter. Das ist eine schöne Zeit, die man genießen sollte, ja, zu zweit oder auch mit mehreren. Es ist die zwischenmenschliche Energie, die eben noch mit der Venus im Stier auch für dich eine sehr schöne Zeit beinhaltet. Also genieße, freu dich drauf und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.